Der zweite Kreuzzug war ein von der Kirche geförderter Kriegszug zur Entlastung der Kreuzfahrerstaaten, der durch den Verlust der Grafschaft Edessa im Jahr 1144 veranlasst wurde. Er begann 1147 und endete nach mehreren Niederlagen der Kreuzfahrer im Heiligen Land im Jahr 1149 als Misserfolg. Die Christen konnten allerdings auf anderen Schauplätzen Erfolge verbuchen. Ursachen Zwischen den in Folge des ersten Kreuzzugs gegründeten Kreuzfahrerherrschaften kam es recht schnell zu Konflikten oftmals kriegerischer Art. Zudem war das normannische Fürstentum Antiochia in ständige Kämpfe mit dem Byzantinischen Reich verwickelt, bis es im Jahr 1138 unter byzantinische Oberhoheit geriet. Die Uneinigkeit der Kreuzfahrerherrschaften und ihre daraus resultierende Schwäche wurde von Emil Zengi von Mosul im Jahr 1144 dazu genutzt, Edessa zu erobern und alle Franken in der Stadt zu töten. Dadurch gerieten die verbliebenen Kreuzfahrerherrschaften in Bedrängnis. Auf der anderen Seite steigerte der erste Vernichtendeschlag gegen eine Kreuzfahrerherrschaft den Kampfeswillen der Muslime. Kreuzzugsaufruf Die Entwicklung im Heiligen Land ließen einen weiteren Kreuzzug notwendig erscheinen. Am 1. Dezember 1145 rief Papst Eugen III. deshalb in Vetrala mit der ersten Kreuzfahrt Bulle quantum predecessores zu einem zweiten Kreuzzug auf. Der Aufruf war zunächst an den französischen König Ludwig VII., sowie das Volk Frankreichs und Norditaliens gerichtet, stieß aber kaum auf Resonanz. Die Bulle scheint Ludwig gar nicht erreicht zu haben, jedenfalls veröffentlichte der Papst die Bulle am 1. März 1146 ein zweites Mal. Da der Papst durch eine politische Auseinandersetzung mit Arnold von Brestia in Rom unabkömmlich war, entsandte er den Zisterzienser ab Bernhard von Clairvaux, um den Kreuzzug zu predigen. Für Bernhard von Clairvaux war es wichtig, dass die Kontrolle des Kreuzzugs in den Händen des Papstes blieb. Auf Vermittlung Bernhards erklärte der französische König am 31. März 1146 in Wezelei feierlich seine Teilnahme am Kreuzzug. Ludwig sollte das Oberkommando über den Kreuzzug erhalten, dem sich nun immer mehr Freiwillige nicht nur aus Frankreich, sondern auch aus Flandern, England und Norditalien anschlossen. Ludwig und Eugen nahmen daraufhin Kontakt mit König Roger I., von Sizilien Kaiser Manuel I., Komnenes von Byzanz König Gesa II., von Ungarn und dem deutschen König Konrad III., auf um sie zu bitten, dem Kreuzfahrerherr freien Durchzug nach Kleinasien zu gewähren und die Nahrungsversorgung sicherzustellen. Was diese zusagten, durch die eifrigen Predigten und das zähe Drängen Bernhards von Clairvaux konnte schließlich auch der deutsche König dazu bewogen werden, sich dem Kreuzzug anzuschließen. Kurz nach Weihnachten 1146 erklärte Jena seine Teilnahme. Ludwig und Konrad übernahmen von nun an gemeinsam die Organisation und Führung des Kreuzzugs. Als Startdatum wurde Ostern 1147 festgelegt. Neben den Kreuzzugspredigten bemühte sich Bernhard auch um den Ausbau des Templerordens des ersten christlichen Ritterordens, der 1120 in Jerusalem gegründet worden war, zunächst aber nur geringe Bedeutung hatte. Bernhard von Clairvaux wandte sich mit seinen Predigten gezielt an den Adel, um die Ausschreitungen der Volkskreuzzüge zu vermeiden. Insbesondere ein Zisterzienser-Mönch namens Radulv zog eigenmächtig dennoch predigend durch Nordfrankreich und Westdeutschland, wo er die Landbevölkerung zu gewalttätigen Übergriffen auf Juden anstiftete, so beispielsweise auf Rabenutam im nordfranzösischen Dorf Rameerubt. Radulv wurde schließlich von Bernhard aufgehalten. Hinter den Exzessen im Umfeld des ersten Kreuzzugs blieben diese Pogrome aber zurück. Der Papst gestattete 1146 den Kreuzfahrern von der eberischen Halbinsel in der Heimat zu bleiben, um dort gegen die Mauren zu kämpfen. Für diesen Kampf sollten sie die gleichen Ablässe erhalten wie die Kreuzfahrer nach Palästina. Auch einige europäische Kreuzritter schlossen sich den Feldzügen in Spanien an. So gelang durch Kreuzfahrer aus Genua, Pisa und aus Städten an der französischen Mittelmeerküste 1147 die Eroberung von Almeria, 1148 von Tortosa und 1149 von Lerida und Fraga. Eine mit englischen, schottischen, flämischen und deutschen Kreuzfahrern bemannte Flotte machte 1147 auf dem Weg ins Heilige Land in Portugal halt, wo sie überwinterte und mit ihrer Hilfe die Eroberung Lissabons sowie der Burgen Sintra und Palmela von den Mauren gelang. Einem Teil der deutschen, dänischen und polnischen Kreuzfahrer wurde im Hinblick auf die heidnische Bedrohung an ihren unmittelbaren Grenzen von Bernhard von Clairvaux zugestanden, nicht in Richtung Palästina, sondern gegen die heidnischen slawischen Wänden, welche zwischen Elbe und oder siedelten, ziehen zu dürfen. Dieser sogenannte Wändenkreuzzug wurde am 13. April 1147 mit der päpstlichen Bohle Divini-Dispensatione als solcher anerkannt und den Teilnehmern der Aplass in Aussicht gestellt. Sie brachen im August 1147 von Magdeburg aus auf. Von wem der Vorschlag des Wändenkreuzzugs ausging ist in der Geschichtsforschung umstritten. Verlauf Aufbruch Mitte Mai 1147 erfolgte der Aufbruch des Stauferkönigs Konrad III. in Regensburg. Auf dem Marsch durch Österreich und Ungarn schlossen sich dem Kreuzzug weitere Kontingente an. Der französische König Ludwig VII. brach wenige Wochen später von Metz aus auf. Papst Eugen hatte den Heerenpäpstliche Legate zugeteilt. Die Twin-Kardinalbischof von Porto begleitete die Deutschen, Guido von Florenz, Kardinalpriester von Saint-Cruzogono, die Franzosen. Mit den Kreuzritterheeren reiste eine große Zahl unbewaffneter Pilger, darunter auch viele Frauen und Kinder, was das Vorwärtskommen und die Verpflegung erschwerte. Beide Hauptheere nahmen den Landweg entlang der Donau über den Balkan nach Konstantinopel. Dort sollte Konrad III. auf Ludwig VII. warten. Der Marsch durch Ungarn und das Byzantinische Reich verlief bei beiden Heeren weitgehend friedlich und geordnet. Erst bei Philippolis und Adrianopel kam es zu vereinzelten Plünderungen durch deutsche Kreuzfahrer und Schermützeln mit den byzantinischen, einheimischen. Konrads deutsches Kreuzfahrerherr traf am 10. September mehrere Wochen vor den Franzosen in Konstantinopel ein. Die Deutschen waren eine Weile Impera untergebracht, bevor sie auf Drangen des Kaisers Manuel I. Komnenes Ende September nach Kleinasien übersetzten. Konrad führte sein Herr nun weiter ohne auf Ludwig zu warten. Am 4. Oktober erreichte auch Ludwig's Herr Konstantinopel. Dort beabsichtigte er noch auf sein norditalienisches Kontingent zu warten. Das über Brindisi und Durazzo anreiste. Die Franzosen setzten aber bald auf Drängen Manuels ebenso nach Kleinasien über, wo sie bis zur Ankunft der Verstärkung warteten. Manuel I. Komnenes hatte unterdessen einen Friedensvertrag mit dem türkischen Sultan von Ikonien geschlossen und stellte den Kreuzfahrern deshalb, anders als beim ersten Kreuzzug, kaum ortskundige Führer und keine Hilfstruppen zur Verfügung. Dies führte zu diplomatischen Spannungen zwischen den Kreuzfahrern und Byzants. In Kleinasien angekommen, teilte sich das Kreuzfahrerherr Konrads. Die unbewaffneten Teilnehmer wählten unter der Führung Bischof Ottos von Freising eines Halbbruders Konrads III, eine Route entlang der kleinasiatischen Küste, während Konrad mit seinen Truppen direkt durch Kleinasien reiste. Konrads Herr wurde schnell in Kämpfe mit den türkischen Seltschuken verwickelt, die in der schweren Niederlage für die Kreuzritter im Oktober 1147 bei Doriläum gipfelten. Konrad floh mit seinen verbliebenen Truppen nach Nikkeia. Ein Großteil der an der Küste entlang gereisten Kreuzfahrer wurde von den Seltschuken am 16. November 1147 bei Laodicaia überfallen und umgebracht. Ungefähr einen Monat später trafen die Franzosen unter König Ludwig VII. ein und brachen gemeinsam mit den verbliebenen Truppen Konrads III von Nikkeia aus auf. Als das Kreuzfahrerherr Ende 1147 Ephesos erreicht hatte, erkrankte Konrad und reiste zurück nach Konstantinuppel. Die Franzosen zogen weiter und wurden in der Nähe von Laodicaia bei der Überquerung des Honatsdagi von den Seltschuken angegriffen, wobei sie schwere Verluste erlitten. Die restlichen französischen Truppen kämpften sich bis zur Stadt Atalaya durch, von wo sie nach Antiochia übersetzten. Konrad war inzwischen genesen und nahm im März 1148 den Seeweg nach Palästina. Im Juni 1148 trafen sich Konrad und Ludwig in Akon. Dort hielten sie am 24. Juni 1148 zusammen mit König Balduin III. von Jerusalem ein Konzil ab, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Das eigentliche Ziel des Kreuzzugs die 1144 an Sengi gefallene Stadt Edessa zurückzuerobern, war bereits ausgeschieden. Nachdem deren Graf Joschelin II. die Stadt nach Sengis Tod 1146 kurzzeitig zurückerobert hatte, ließ Sengis Sohn Nuettin Edessa fast vollständig zerstören und entvölkern. Nach kontroverser Beratung einigten sich die Kreuzfahrer darauf Damaskus zu belagern. Eigentlich war Damaskus den Kreuzfahrern gegenüber neutral und ein Feind Nuettins und zeigte sogar Tribut an die Kreuzfahrer. Allerdings erschien die Stadt auch als Lohnendes Ziel, da sie wohlhabend und nah war und kein allzu starkes Militär hatte. Die Stadt Damaskus war auch ein strategisch interessantes Ziel, deren Eroberung die muslimischen Reiche Syriens von denen in Ägypten abgeschnitten hätte. Hauptartikel Die Belagerung begann am 23. Juli 1148. Angesichts dieser Bedrohung beschlossen die buchredischen Herrscher der Stadt ihren bisherigen Feind Nuettin um Hilfe zu bitten. Als der Emil mit einem Entsatz herrn nahte, mussten die durch Wassermangel und Uneinigkeit der Befehlshabe geschwächten Kreuzfahrer die Belagerung nach nur vier Tagen abbrechen und sich nach Jerusalem zurückziehen. Alle Seiten fühlten sich gegenseitig betroschen. Folgen Konrad III. Zog mit seinen Truppen nach Ascalon doch aufgrund des nun herrschenden Misstrauens nach dem missglückten Angriff auf Damaskus traf keine Hilfe ein. So musste der Plan zur Eroberung von Ascalon wieder aufgegeben werden. Konrad kehrte im September 1148 nach Konstantinopel zurück und verbündete sich dort mit dem byzantinischen Kaiser. Ludwig VII. Blieb zunächst in Jerusalem. Er kehrte im April 1149 nach Frankreich zurück ohne etwas bewirkt zu haben. Nach seiner Rückkehr in Europa wurde auch Bernhard von Clairvaux gedemütigt und versuchte sich, nachdem sein Aufruf zu einem neuen Kreuzzug ohne Echo geblieben war, vom Fiasko des zweiten Kreuzzugs ganz zu distanzieren. Bernhard starb 1153. Der unüberlegte Angriff auf Damaskus hatte für Jerusalem langfristig katastrophale Konsequenzen. Damaskus traute dem Königreich der Kreuzfahrer nicht mehr und ergab sich 1154 nur Erdin. König Amalrich I. verbündete sich mit den Byzantinern und nahm 1169 an einer Invasion von Ägypten teil, die jedoch missglückte. 1171 stieg Saladin zum Sultan von Ägypten auf. Er vereinigte Ägypten und Syrien, sodass das Königreich Jerusalem somit vollständig umzingelt wurde. Die byzantinische Allianz endete mit dem Tod von Kaiser Manuel I., Komnenos. Die Eroberung Jerusalems durch Saladin im Jahr 1187 war schließlich der Anlass zum dritten Kreuzzug.